Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH261095. Wieder mit dabei ist der Sony Stiles Gaming. Und wir spielen heute mal wieder ein bisschen Minecraft und Minecraft und Minecraft und ja die schöne PvP Arena, Tobis Haus. Ja, nur kannst du nicht rein von vorne und hinten, ich hab's abgesehen. Ja, aber du kannst in mein Haus, ne? Probier's mal, ob das funktioniert. Nee, ich glaub nicht. Mich hat gesagt, dass du in meinem Haus könntest. Ja. Aber andere nette eben, ne? Ja, andere können nicht rein. Gott sei Dank. Kannst du auch in meine Kiste? Ja, kann ich gucken, aber hab nichts rausgenommen. Also fies bin ich nicht. Nee, ich frag ja nur. Tobi, können wir einen Deal machen? Was? Ich brauch zwei Diamanten. Kann ich machen? Gegen, was möchtest du haben? Keine Ahnung, also essen, ich hab eigentlich alles. Problem, ne? Holz hab ich. Doppelstone hab ich, Waffen. Fuck. Willst du, ne? Willst du? Willst du? Ich weiß es nicht. Ich guck selber grad. Nee, das probier net. Äpfel hab ich auch genügend. Alter, ich hab ihn noch am Sammler. Weiß netz. Du altes Hasch hier. Redstone, Kohle brauch ich netz. Oh. Boah. Mein, ich muss grad hier. Er hat. Hoppla. Voller Lutschern. Lüse, ey. Was kann man mit Lapis so machen? Äh, blaue Blöcke. Gold Nuggets hab ich auch. Alter. Ich hab ja jetzt fast alles gefarmt, weißt du? Problem. Ja. Redstone, was können wir mit Redstone machen? Blöcke. Hulte. So, Redstone 23, ist das okay? Ja, locker. Kannst du alles, du kannst alles haben, Alter. Das heißt 23 Redstone gegen zwei Dears? Du kannst alles haben, wenn du willst. Warum baust du jetzt alles ab? Weil ich das alles hier einsortieren möchte. Wart mal. Ich sammel das mal alles, so. Ja, wo, und, oder oben? Äh, gib mir's einfach. Schmeiß mich hin, bitte. Wart, ich mach mal alles so nie, wart. So, unterste Kiste. Ja. So, der Reist red mir. Das hab ich so, das war alles. Okay. Unterste Kiste. Und links ist alles drin. Guck mal. Hm? Ein Hühnchen. LOL. So, Babyzombich hab ich auch schon oft getötet. Ja, das ist ja nix mehr mittlerweile. Die hören sich voll creepy an. Das kommt hier rein. Wart mal, Slash Home? Pfeile. Ich bräuchte eigentlich noch ne Kiste mit Essen, ey. Manches, manches ist fairer. Tauscht zwei Diamanten gegen 23. Nehm dir mehr, Redstone. Nehm dir mehr, Redstone. Ah, what? Slash Back? Du kannst ja auch von mir aus alles haben. Alles nehmen an Redstone. Ah, aber weißt du, ist dann unfair, wenn ich 23 oder 64 kann nehm? Nein, nehm ruhig. Hm. So, hier. Oh. Dankeschön. Hab jetzt nur das 23 abgenommen, ne? Daraus könnte ich mir jetzt eigentlich nicht... Ne, kann ich doch. Ne. Hä? Mir wurde ein Diamant... Naja. Mir wurde mal wieder was geklaut. Ach, wo hinter dir Zombie? Oh, Alter. Ich bin überlegt, ob ich noch leveln tue oder noch wartet tue, also das Schwert verzaubern. Äh. Wie viel hast du? Äh, Level 14. Im Moment. Als Problem... Wartet lieber noch, wollen wir fahren gehen? Ah doch, jetzt kann ich verzaubern. Okay, vorher ging das nicht. Äh, können wir machen. Dann können wir noch... Ich hab 47 Äpfel und 5 Steaks gebraten, nicht dabei. Ja, ja. Ah, hast du keinen Platz mehr im Moment? Ja, warte mal. Blulululup. Och. Ja, ich hab das jetzt... Werf mir alles hin, werf mir alles hin, bitte. Einfach alles hinwerfen, bitte. Warte mal. Ah, da liegt noch ein Eimer. Ah, da, da, da. Das da, das da, das da. So. Das war's. Danke. Ach du, Tobi. Aua. Weg, 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 weg. Nein, der hat meinen Diaschaufel. Der hat meinen Diaschaufel. Der hat meine Diasch... Ich hab's dir, ich hab's dir, ich hab's dir. Oh, du Dreck, Sack. So, dir liegt dahinter. Danke. Alter, was waren das für ein Action-Ein. Ja, ich hab' jetzt wieder das Zeug von dir aufgesammelt. Und ich hab' das Buch noch hinter dir. Danke. Ich muss hier jetzt erstmal alles wegschmeißen, was ich nicht mehr brauch. Und wo kann ich das wegschmeißen? Am besten. Den überlegen. Oder brauchst du Waffen noch? Ich hab' das noch... Warte, Achtung hinter dir. Alter. Warte. Ich weff' sie einfach mal hier in, was ich nicht mehr brauch. Das, 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 kannst du alles haben. Brauche ich nicht. Hab schon alles, ja. Und ich sortier' jetzt erstmal noch alles ein und dann können wir los. Der Mist hat zu mir gesagt, ich soll bis Level 30 machen, dann kann ich dir nämlich Schwert verzaubern und so weiter. Ich krieg' fast überhaupt keine Schade mit dem DIA-Rüstung, Alter. So. Alter. Huch. Ah, ich hab' hier noch was für dich. Grüße. Verrottenes Fleisch brauch ich nicht, ey, weg mit dem Scheiß. Äh. Hier, bitteschön. Hä? Ah, da, da ist ein Zombie in dem verzauberten Ding drin. Hau'n gedacht, warum, warum, warum würde ich angehatet? Irgendwie spawnen bei dir die FISA, bei mir das ja nix. Naja, bei mir spawnen sie gar nix. Da hab ich bei mir schon den Keller gesehen und so. ne ich komme gleich mal ich guck mir das gleich mal an das wäre so ein du Alter warum sind denn hier so viele Zombies ey aber die immer außerhalb komischerweise voll ab nur mal ne ey 3 zum Glück hab ich so verzaubertes Ding ey und da kommt noch mal einer diese Krauter geben voll viel EP die grauen Zombies da Alter was ich für Schießdreck doch hab verrottenes Fleisch Alter weg damit ich bruch den Scheiß nicht so so das kommt da hin das kommt da hin klar es kommt zu Sand guck jetzt kurz kann ich jetzt mal kurz auf Map gucken ja ich hoffs ähm wir stellen uns noch ne Kiste hier auf der Dosenpfand ey da hockt ganze Zeit in welcher Abteilung hockt der da hockt ganze Zeit da ah ok hab kurz geguckt auf der Map das kommt noch mal in die Hölle Höllen gedöhnts zum Glück ist Tag ich weiß nicht Mike soll ich los da mach ich dann noch später mal Schilder hin aber jetzt erstmal nicht was sollst du was willst du was sollst du oder was sollst du nicht ich bin überleg ob ich es auch um Minecraft auf meinem Channel bringen aber wenn ich das sehe da gibt es Millionen Videos auf YouTube mit vielen Dingen ich mach aber auch ja ich kann dir noch Sachen schenken die ich nicht brauch ich stehe sowieso ganz seit dem Mittelgang ich bin grad am Kekse fressen du hast schon Kekse gemacht naja ich tu grad Kekse fressen hier das das Achtung das wer war das wer war das denn hm hm ach der komische Idiot da der Achmed alter hm hm so von mir aus können wir jetzt farmen gehen mhm ach mhm mhm Tobi mit voller Wund ja oder du wolltest mir erstmal deinen Keller zeigen ja Keller ja so stehen wir nicht so einen Tannenbaum in den Tannen ich brauch noch ein Ding ein hier willkommen bei Apos Besten ach ich muss da drauf gehen du kannst schon also so jetzt grad du musst drauf stehen so jetzt kannst nice hab ich selber ausgebaut allein gestern abends nice muss eben noch viel machen und so Samenbrot Plastersteine Kies, Holz nice alles mögliche kein Gedönskiste mehr ne haha und hier hinten da kommst du nicht durch da muss ich drauf stehen bleiben das ist der Garte das ist äh meine Brotfarm nice und da hinten ja da ist ein Huhn äh wo ist ein zwei Hühner warum auch immer wie die da rüber kommen mit Bänkle und so wie gesagt muss noch viel Ebebau ah Peggy hat Grundstücke gemacht hier mhm wenn ich da auf der Map so guck sind da noch viele noch frei ne also mindestens eins ist frei guck grad auf der Map nämlich bei Google Chrome ähm wollen wir Farben gehen? ja also ich hab alles dabei esse hab ich dabei was warte mal Flash Home wer wohnt hier? wo? Velo Behindertenwerkstatt ah das ist das ist der Uni der Uni ähm warte mal hoppla äh ich mach mal hier kurz die Sorgen ich mach mal das Zeug hier rein so alles aus den Waffen redstone mach mal rein jo so slash back so jetzt bin ich hier also grad hinter dir hab jetzt grad noch das Zeug gesichert wenn ich mal drauf geh oder so komm mit ach da ok ich komm mit dir ich komm mit dir so na guck mal wie viele Pfeil der hat der AM dreh dich mal um brutal ne naja ich hab noch ungefähr noch 5 steaks noch an meiner Anzeige aber ich hab ja gebratenes steak dabei und 47 Äpfel also ich fress auch die ganze Zeit nur Äpfel ich ess nicht jedes Mal wenn ich noch so 3 Steaks hab oder so geh ich erst was futtern ja man ich hab noch äh noch neun verschiedene Texturen Packs gell auf Minecraft ja könnt es nehmen wenn ich wollt aber ich weiß nicht das Texturen Pack hier das Sparks oder wie das heißt ne Sparks gefällt mir nicht so ehrlich gesagt sein geht für mich so bisschen so comichaft aus da hinten ist der schöne Vulkan da ist diese große Brücke mit diesem Event ja ich sehs von hier da da mein Chara- warte mal muss er futtern ja mein Chara- mein Chara- lauft nimmer so schnell ok ich würd sagen da hinten ist ne Höhle ja warte ich hopp ich hopp's da hinterher musst du kurz was futtern hier so nochmal Schwert in die Hand hä was you don't have permissions for disaray da muss ich in Farmwelt gehen bestimmte Grenze haben sie das abgesichert dass du nix abbauen kannst was ach komm dann geh wir halt weg von da Alter warte mal wir gehen weiter weg komm mit wo bist du ich bin grad über dir hier hier ja ja dann geh'nまぁ weiter durch den Dschungel oder ja ah fuck hier kann man auch nix abbauen ne äh ja ich kann nix abbauen mega total unnötig aber wie weit ist abgebaut hab ich kann der Saga ab wo es weg gemacht hat oh da hinten ist schon Kakao lol wo bist du ach jetzt habe ich keine axt dabei ich kann immer noch nicht so ja nee ich kann immer nix abbauen hier lohnt sich nicht da können wir in farm welt 1 gehen ja wo ist es slash warf war ja fahren 1 zusammen dann bist du in der farm aufkommen ich bin farm 1 so er kann abbauen ich bin überlege ich brüste ist ohne scheiß cobblestone ohne ende und ja coole wahnsinnig bin erstmal gespannt ob sie das einführen die ich mit dem job ist glaube schon aber was was der ding sagt habt ich finde es viel zu bild